Jedes Jahr oder gar Quartal kommen sie wieder. Sie sind sehr aufwendig und kostenintensiv. Geschäftsberichte. Doch wer liest sie? Großaktionäre und Analysten wissen sowieso bereits, wie es ihrem Unternehmen geht. Und Anleger mit kleinen Beteiligungen überfliegen das Papier meist nach demselben Schema. Zuerst das Editorial des CEOs oder des VRPs, dann die Entwicklung von EBIT EBITDA der letzten Jahre und wenn es hochkommt, wird mittels eines großzügigen Griffes in die zweite Hälfte gesprungen um etwas über die drei Säulen der Nachhaltigkeit zu erfahren. Diese Realität ist ernüchternd. Aber was können sie dagegen tun? An diesem Punkt kommt Corp Media ins Spiel. Als Kompetenzpartner für Storytelling und audiovisuelle Kommunikation verdichten wir die zentralen Elemente ihres bestehenden Geschäfts- oder Nachhaltigkeitsberichts frei nach dem Motto 100 Seiten in 100 Sekunden. Im Sinne von Content Marketing oder Multi-Channeling bespielen Sie mit einem Film sämtliche Kanäle. Als Executive Summary via QR-Code auf Ihrem gedruckten Geschäftsbericht, auf Web- oder Microsites, Social Media, iPads für Mitarbeiter und den Außendienst und zur Unterhaltung und Imageförderung am POS oder in Ihrer Empfangshalle. Mit der Verwendung des populärsten Mediums präsentieren Sie Ihre Firma sowie Ihren Geschäftserfolg gleichermaßen innovativ, ansprechend und am Puls der Zeit. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch.